Ja, untergekündige Elektronik. Die ganze Zeit an diesen Stepper, denn die gibt die Einflussmeldung, die entscheidet über die Funktion der Stepper. Aber nicht nur die eigentliche Technik, die ist die Vorwahl, sondern auch gerade die Bedienung. Denn was wird sich jetzt heuer, ist der heilige Stepper, wenn niemand es bedienen kann. Deswegen ist natürlich Ergonomie, obwohl man im Video ein oberstes Ziel gewesen ist, und das Ergebnis kann der Jünger sein. Come on out!